Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem bewegten Juli. Schön, dass du dabei bist. Wir bewegen uns einmal komplett durch und haben hoffentlich Spaß. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Start auf jeden Fall in der Aufrichtung, also Brustbein gleich mal anheben und wir beginnen mit unseren Fußgelenken. Roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse, ganz entspannt die Gelenke bewegen, immer wieder groß werden. Gleich mal die Waden aktivieren, die das Blut in den Körper, Kreislaufpumpen. Bewegen der Gelenke ist natürlich immer gut für schmerzfreie Gelenke, für einen schmerzfreien Rücken auch. Dann wirst du größer und jetzt ziehst du deine Knie im Wechsel nach oben, lass die Arme ruhig hängen und kreise deinen Hüftgelenken, deine Beine nach außen, einmal rechts, einmal links. Dann wirst du größer zur Seite, großen Schritt nach rechts und links. Und dann roll deine Füße ab im Wechsel, rechts, links und dabei schon deine Schultern mitnehmen. Rechte Schulter, wenn du rechts abrollst, linke Schulter, wenn du links abrollst, genau. Sehr schön. Dann machst du einfach einen Schritt nach rechts und links und nimmst jetzt deinen Oberkörper einmal zur Seite. Bewege deine Brustwirbelsäule. Immer so schnell und so weit, wie es für dich am besten passt. Dann mach zwei Schritte zur Seite. Jetzt öffnest du und schließt, wirst hier rund. Noch mal öffnen, Handflächen nach vorne und rund. Auf und zu. Mach mal weiter, ich zeige es dir seitlich. Aufmachen, zu. Brustwirbelsäule strecken, beugen, strecken, beugen, strecken, beugen. Genau. Gleich noch mal hin und her. Letztes Mal, besonders das Strecken ist wichtig und jetzt bleib hier und räkel dich und vielleicht drehst du dich auch noch, streck dich in alle Richtungen, beweg deine Wirbelsäule, beweg auch deine Finger, deine Handgelenke. Einmal durch und gähne und komm wieder in die Hüftschmale Position, lass deine Arme fallen und roll deine Füße ab von der Fußspitze auf die Ferse. So war unser Start, sich erinnern. Genau, Waden aktivieren und jetzt spür, ob es sich anders anfühlt, ob es ein Unterschied ist, weil wir uns schon durchbewegt haben. Fühlt sich schon weicher an. Hol die Knie nach oben, rechts und links. Immer den Unterschied wahrnehmen. Hat sich irgendwas verändert? Kannst du schon bewusster die Bewegung machen. Jetzt weiter nach außen, den Schritt nach außen und die Füße abrollen und dabei deine Schultern nach hinten kreisen, rechts und links. Dann machst du einen Schritt und nimmst den Oberkörper zur Seite. Ruhig auch deinen Blick mit nach unten nehmen. Es wird dann etwas wackeliger wahrscheinlich. Es darf auch wackeln. Zwei Schritte nach rechts, mach dich auf und zu und auf und zu. Brustbein öffnen, atmen. Nochmal. Und dann räkel dich und streck dich. Verschiedenste Positionen einnehmen. Finger. Vielleicht drehst du dich auch in der Brustwirbelsäule. Kommst wieder zur Mitte. Und rollst deine Füße nochmal ab. Fußspitze, Ferse. Sehr gut. Jetzt nochmal deine Knie nach oben holen. Rechts und links. Rechts und links. Dein Tempo. Gleich größer werden. Weiter nach außen. Dann langsam abrollen. Schultern gehen mit nach hinten. Jetzt den Schritt zur Seite. Beide nach außen lehnen. Zwei Schritte. Brustbein raus. Rund. Brustbein. 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 Und nochmal räkeln und strecken. Die Finger, die Handgelenke mit einbeziehen. Vielleicht noch drehen. Und nochmal von Anfang an. Füße abrollen. Fußspitze, Ferse. Und nochmal von Anfang an. Und nochmal von Anfang an. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Schultern, große Bewegung, jetzt den Schritt nach rechts, weit nach unten, weit nach unten, warm wird es auch, oder? Zwei Schritte, Brust raus und rund und raus und nochmal. Und nochmal so richtig strecken, langziehen. Bist du bereit? Von Anfang an und abrollen, Knie hoch, außen, jetzt weiter raus, wieder. Dann die Füße abrollen mit den Schultern. Dann den einen Schritt mit Seitbewegung, mit Blick. Und zwei Schritte, Brust raus, rund. Und dann räkeln und strecken in alle Richtungen, gähnen. Bleib dann da und lass die Arme locker werden. Ein bisschen schneller geh am Platz. Und um jetzt dein Herz-Kreislauf-System noch ein bisschen zu aktivieren, versuchst du am Platz zu trippeln, in den Juli laufen. Vielleicht ist es bei dir gar nicht Juli, mag nichts. Klar kannst du jederzeit mitmachen. Nochmal ein bisschen schneller werden. Ein kleiner Rhythmus dazu. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Immer noch. Halte oben. Stopp. Und jetzt bewegt dich schwerelos. Stell dir vor, du gehst tauchen und bewegst dich im Wasser, ähnlich wie schwerelos. Und versuchst du mal, das Wasser in alle möglichen Richtungen wegzudrücken, dich auszubalancieren. Ganze auch mit der anderen Seite. In alle möglichen Richtungen. Auch hier wieder. Deine Rumpfstabilisatoren werden aktiv. Dein Gleichgewichtssinn wird aktiviert. Und damit auch dein Gehirn frisch und wach. Und wieder zur Mitte zurück. Auf beiden Füßen Hüftschmal stehen. Dann schüttelst du dich und lockerst dich in alle Richtungen. Mal vor, mal zur Seite. Ganz entspannt durchrütteln. Wach. Fit. Bereit für den Tag, für die Woche, für den Juli oder einen anderen Monat. Atme ein. Streck dich ab. Mal aus. Lass dich fallen. Nochmal ein. Und dann öffne jetzt die Arme. Zieh die Ellbogen zurück. Mach dich ganz groß. Atme ein. Und atme aus. Und entspanne dich. Sehr schön. Fleißig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt frisch, fit, durchbewegt. Wir haben viele Schritte gemacht. Und hoffentlich Spaß gehabt. Wenn ja, drück gern gefällt mir. Hinterlasse einen netten Kommentar. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du unten. Da steht deine Unterstützung. Klick mal drauf und wähl dann aus, mit wie viele Monat du das tun willst. 2,50 Euro, 5,10 Euro, 20. Was es dir wert ist. Auf jeden Fall danke. Und wenn du magst, dann sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann.